Okay, General Kenobi, Watt und hier den fünften Bruder. Ich könnte jetzt auch hier jeden anderen nehmen, der jetzt hier AOI macht. Zum Beispiel 9th Sister und spiele jetzt hier in Sektor 3 gegen die Geos. Wichtig ist, dass wir Tank Tag erstmal auf General Kenobi geben, damit der jetzt erstmal alles wegtankt. Und wir bekommen noch einmal die Immunität auf ihn, damit er keinen Schaden bekommt. In der Zeit hauen sich die Geos alle selbst kaputt. Dann können wir gleich in aller Ruhe den AOI von dem fünften Bruder einsetzen und alle sind platt. Im Optimalfall bekommen wir dann sogar 6 Kills. Noch einmal ein bisschen Speed auf den Kollegen geben. Und alle weg. Disks sollten hier eigentlich ziemlich egal sein, weil es eigentlich keinen Einfluss hat auf diese Spielmechanik, aber ich kann sie trotzdem nochmal kurz zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.